Ja Freunde! Wieder bei GTA? Ja, das ist doch fast wunderbar. Einmal wieder, wir hatten wieder mal Zeit. Ja, wir hatten mal wieder Zeit. Lukas, was ich mich frage, warum du letztens angerufen hast, war ob wir GTA machen. Du hast in deiner Ein-Mein-Kraft-Folge gemacht, dass wir GTA auf keinen Fall mehr machen. Nein, nein, hab ich gesagt, es war auf jeden Fall weitermachen. Ach so. Also ja, natürlich, ne, bevor wir hier irgendwie... nur einen Scheißplatz, der eigentlich was man angeht. Ja, erst mal frühes neues Jahr, genau. Die ist, als Sie gerade gucken. Ja, ihr könnt uns sehr gerne in die Felsen. Hobbylos seid, sage ich jetzt mal. Einfach uns in die Kommentare schreiben, was ihr so zu Weihnachten bekommt. Genau. Das kann man gerne mal machen. Das Mikro ist voll leise. Stemmerkontrolle hoch, Leute. Könnt sein, das ist. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen lauter. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall lauter. Ja, ich würde, also mein Vorsatz dieses Jahr ist, lauter zu reden. Na ja, das ist ein sinnvoller Vorsatz. Ja. Was habt ihr euch so vorgenommen? Gerade das eben. Vorher nur nichts. Merkste Socken. Oh! Ja, GTA. Wir machen jetzt einfach mal nicht Taddeln nach. Wir haben uns einfach mal so gedacht. Ja. GTA lief ja ganz geil. Ja, läuft ja jetzt wieder. Wir hatten jetzt eine längere Pause. Wir kommen jetzt zwar schon fertig, aber für die, die sich das halt bei uns angeguckt haben. Ja. Die gucken sich das jetzt hoffentlich bis zu Ende an, weil... Ja. Da spielt man mit allen Charakteren. Ich hab mir das schon mal angeguckt. Und die hab ich das jetzt außerdem angeguckt. Ach so, ja schon. Ja. Diesen Typen, der... Ja, ja noch nicht sagen. Ja, wir sagen einfach nicht. Wir sagen nur, man spielt mit allen Leuten. Und was nämlich auch scheitert, wenn wir immer so unfertig die Spiele machen. Ja, wir machen mal so halt. Ja, wir machen mal so halt. Ja, aber Farquay, also Apropos Farquay. Haben wir bestimmt schon oft gesagt, wir haben es wegen euch aufgehört, weil ihr es nicht mehr geguckt habt. Ja. Gut, okay, jetzt sind die Zeiten. Gut, das war noch andere Zeiten, oder? Ja, okay. Für alle bis jetzt eins für eine Prozent. Wir haben jetzt fast 10.000 Aufrufe, künftig Abonnenten. Ich sage mir auch vielen mal Danke. Ja. Können wir eigentlich immer nur Danke sagen. Jetzt schon sechs bis fünf durch, also es läuft zur Zeit echt besser. Oder was ist jetzt besser? Es läuft zur Zeit einfach gut. Und zwar alle, die das jetzt gucken, es werden bald zwei neue Projekte auf jeden Fall kommen. In Minecraft Hexelprojekte sind ein Liedsüberbetrotter. Genau. Und vielleicht noch ein GTA. Nein, wir waren was dazu. Wir haben, wo gewählt wird nicht. Das wird von zwei, wobei andere organisiert. Sie wurden dazu halt eingeladen. Ja, und was vielleicht? Also was vielleicht... Sehr vielleicht noch kommen wird. nun müssen um die Säge in Lugas nicht mehr so unbedingt haben wird die Sia und ihr solltet kommen weil wir die Säge ist ein X-Box zu Weihnachten die um und gehen wir müssen jetzt als Dinger wiederkommen nach einem Mann vorher hat vorwarten können das anrufen 6 es macht sind die ich versuchte die Charakter zu wechseln und jetzt bin Wollen wir einen kurzen Cut machen? Nein. Ich muss sagen, ist das Ding hier Schrott oder was? Ne, eigentlich nicht. Das ging doch hiermit. Da. Hä, was ist das mit 1, 4, 5? Das ist die Level oder was auch immer. Na, etwas genau daneben. Ja, soweit. Also, wir wissen nicht, was die letzten Folgen so passiert ist. Ja, eine haben wir eigentlich nur unter euch gemacht. Oder ohne. Ja, aber ich weiß selber auch nicht mehr, was dann passiert ist. Also, ich weiß, ja. Ja. Session Street machen wir nicht mehr, oder? Ne, das ist jetzt bitte immer. Ja, weil das Projekt halt... Einfach mal zu viel Projekte. Ja, das ist ja. Ja. Wortschritt nächstes Jahr ist so geflechtlich nicht so schlecht, dass es eigentlich ist. Wann kommt eigentlich... Wann kommt eigentlich... Wann kommt eigentlich... Wann kommt eigentlich... dann aber mal gucken. Mal gucken. Also, wenn es dieses Jahr kommt, werden wir es vielleicht machen. Kommt drauf an. Ja, ja. Kommt drauf an, wie viel Projekte wir zurzeit haben. Wenn es wirklich im Februar kommt, Leute. Dann haben wir... noch ganz schön viel am Laufen. Naja, ne. Na gut, Hexits, ja. Doch, guck mal. Hexits kommt zwischen dort. Also... Ja, GTA, GTA. Nein, April. Hallo, April. Das ist auch für den Hexen. Nein, das sieht nicht aus. Ja. Oh, guck mal. Hexits, gucke... Die großen YouTuber, wie umgespielt oder sowas? Ja, klar. 100 Folgen. Wir haben jetzt 32. Muss man so 60 Tage noch ungefähr dazurechnen, wenn das gut läuft. Ja, aber auch 100 Folgen haben die jetzt fast. Wir haben momentan 80 und das geht schon seit weiteren Monaten. Na klar, 70 Folgen ist fertig damit und du hast 107 Folgen. Ich denke mal so ungefähr. Ey, ich rede jetzt gerade von Hexits. Ach so, du redest von Hexits? Ja, okay. Ja, klar. Hexits. Das ist ein... Einfach bei Projekten, was halt... Zwischenzeit, was damit läuft. Ja, aber wenn es so aktiv läuft... Wie... Wie... Ja. Wenn es so aktiv läuft, wie bei den großen YouTubern... Ja, dann wird das schon vier fünf Monate gehen. Ja, aber was haben wir dann sonst noch? Sonst haben wir ja nichts. Das Minecraft mache ich alleine, Mama. Oh. Oh. Ja, man hat das schon zu kurz. Ja. 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 Das ist ein, was wir hier machen. Ja, ja. Das ist ein, was wir hier machen. Was? Ja, das ist ein, was wir hier machen. Ja, das ist ein, was wir hier machen. Nein. Hatten wir nicht auch so einen Hund? und er ist in der Land und der der die Gäste geknallt hat ein Tag und er ist ein Jahrhundert und er ist immer wenn der Tod ist und er ist immer zu tun und gehen Nö also ich weiß gar nicht, mit dem Hund ist es aber auch hat mir eigentlich immer einen Boost drin, ne, denn wir hatten immer auf Null den Pegel stehen, oder? Ja Ach, jetzt ist es und unser Hund die Spurnte ein der Sitz im Garten und ja aber wenn wir die jetzt nehmen und die Anwendung erschossen Jahrzehnt und auch zurück denn nicht und er tut wohl ich ja nein an uns und dann im Garten also nicht gut ich glaube es ist wenn wir uns das ist vorgenommen ist auf jeden Fall und auf die Mini-Wab zu gucken ja ich bin es auch angeguckt hat oder die erste Folge von GTA haben wir auch in nächstes wir finden der weiß natürlich immer wieder wenn die Stuttgart durch die Schriftstuppe ja ich bin da das ist die Kassel ist nicht gelungen was ist eigentlich mit diesen was du mit Tom machst was mit dem Alter machte doch schon die Mängel in den Parken ja das läuft auch noch zur Zeit nicht aber das läuft auf jeden Fall dann bald weiter das ist halt so theoretisch ist jetzt auch schon mitnehmen damit ihr geknallt wird oder was wir müssen jetzt werden und das war ja vielleicht nicht wohl er aber du hättest ja auch die hundern wir uns in typen loslassen die Gäste Prozent neue Lukas das ist die Nähe in die Hälfte das letzte Mal passiert jetzt nicht eigentlich der dritte so ein kleines paket ist erster nah und so stoff probieren also das macht ihr bitte nicht nach Lass es doch. Es fällt dir. Ich merke, das ist voll laut. Leider muss ich mir leidemachen. Schältet mich so hart. Ja, nein. Hä, was jetzt? Ja, jetzt ja. Hä, der kommt ja einfach in die Gang und schießt uns ab. Ja. War gut, dass er das geklaut hat, ne? Ja, der hat ja... Der hat das ja aus der Hand rausgenommen, aber das war ja bloß auf dem Spat zu. Ja, ne, das war wenig. Ich hab mich da auch nicht mehr zufrieden. Da links und rechts. Nicht gleich. Hä, also war das jetzt eine Verarschung? Sie, Herr Stehvertwein. Roger Tarreresser COVID-19 Union . Einige nicht liegen. Hast du immer. Deshalb? Ist die Wernste? Besser, manipulieren. Haben das nicht liegen und dann gleich nicht zu haben. Das war irgend. Dann kann ich ja auch ein Wettbe Great Start und da mache ich mich schon. Wenn es einiges ist, ja, ich nehme Angst und nicht für die Werte, ich kaufe mir Das ging über 60. incubenden Stadtinstelle Voyager und ihr v rubberig aufhält es rechtlich. Nicht nur zwei Seiten, nicht nur sechs meterlärk centrums. diese ist die Träger wechseln die Brau hat er auch nicht rund um die Larven der ist auch ein Sniper das ist wahrscheinlich zu dem wechseln ja ich hab's gesehen und dann ich hab jetzt mal so geguckt was noch so viele Spiele rausnommen also es kommt schon richtig geile Spiele raus Leute ob wir das nicht alles schaffen was da rauskommt jetzt hörst du dir den zuhör zu der hat ganz schön viele Sachen was da alles rauskommt nächstes Jahr das schaffen wir auf jeden Fall nicht alle also seid nicht anspielen nein ja wir versuchen natürlich so die wirklich geistige Spiele tocken also von uns aus gesehen nicht dass ihr jetzt in Barbie-Fans seid was heißt von uns aus gesehen war er halt einfach mal die geistige was kommt wieder mit Spielzeuge gesagt oder dem Stauber wie die alle halten aber wir können sind sie hier können auch es mit ihr jetzt sagt spielt man das und das und das gerne auch ja auf jeden Fall einrichten und wenn jetzt irgendwie sagt spielte sie vieles das kann also da sage ich euch nur ja so das kann man nicht wirklich jetzt blähen naja wir machen ja mobile player manchmal ja das geht schon aber ja also wir werden nicht alles schaffen was was da alles rauskommt nächstes Jahr Dying Light kommt noch dann und noch mehr wir müssen das werden wir vielleicht machen weil wir mal ein Projekt mit holen und die Zulner auch noch wollen wir mal ein Projekt mit leichtern ja ich weiß ich muss Demo abklären mein voll Dilemma ja dann mach ich schon ähm von was haben wir grad geredet? ach ja von dem wir wissen das wird vielleicht guck mal auf unserem Kanal weiß ich noch nicht und du musst da rein und so Spacke nee dahinter ach hier war doch der schöne Dance von dem Typen wir haben einen schönen ich fand ihn geil zu sehen ja das sind wir uns da unsere Brudis ne eigentlich nicht die Tränen hier grad nicht so die 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 bleibt sitzen und die mit also war das geplant dass die Nein eigentlich nicht aber die die vielleicht eingeschlafen die ja aber warum kommt die jetzt einfach mit ja warum nicht ne warum nicht na bei fremden Leuten einfach hinsetzen ja 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 wir haben ja die Brude geklaut oder die Chats oder was warum ja wir ja na klar naja aber warum bleibt der dann einfach sitzen die steht auf dem Klaue jetzt muss runter ja mhm die Sache hat sich geklärt naja siehst du mal du sollst irgendwie rechts anfangen und längstens das war mein oh woooo woooo woooooo 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 genau dann können wir ähm spiel am Gerät die wir müssen den wir wahrscheinlich deswegen machen damit wir ein Facecam Projekt haben weil das jetzt so ein richtig geiles hochspiel würde das wären na lecker da freue ich mich schon ja ich mag die eigentlich auch nicht mehr wie du sie mal sehen was war achso was war eigentlich überhaupt mal also ich bin ja eher nicht so der Fan zum Horror gespielt ja ich eigentlich so nicht warum du es denn spiel ja man muss mal aber sie sind die lustigsten Spiele was du bist ja du weil du schön erschrickst immer und dann sieht man deine Fratze ach einfach geil ja ich finde mich so gut gut dann nochmal was wir hatten ja jetzt mal immer so eine Live-Sendung laufen so letztes Jahr haben wir jetzt mehr oder weniger ja nein mehr oder weniger abgebrochen ja und wo ist das andere? Strangling ja ich dachte der bringt mich ja raus ja wie alter was hat was hat echt sinnfrei warum ja okay also wir hatten den Live-Sendung so ein bisschen laufen dann haben wir den ersten Mal beendet weil wie gesagt wir hatten wenig Zeit und jetzt fangen wir wieder an wahrscheinlich musst du dahinter gehen du musst zu den Küchen drücken nein ja da rennen wir immer ja und du seid ja braun mit Kaffee alter hat er gesagt hat er gesagt ja und die wird dann so irgendwann nächstes ja wieder laufen boah alter wie viel sind denn das? scheiße wir sterben nicht so viel man muss dazu sagen wir haben lange kein GDA mehr gezockt Lukas ja das hätte in letzter Zeit GDA gezockt vielleicht aber auch gut so denn wir machen erst mal einen kurzen Cut und reden dann halt gleich im Möbel-Live-Stream weiter bis dann Ciao